Musik Das Budget für Arbeit ist eine weitere und in Deutschland neue Möglichkeit für Menschen mit Beeinträchtigungen, statt in einer Werkstatt für behinderte Menschen zu arbeiten, auf einem Arbeitsplatz, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Warum sollten Unternehmen ein Budget oder mehrere Budgets für Arbeit, also mehrere Arbeitsplätze für Werkstattbeschäftigte zur Verfügung stellen? Das sollten sie tun aus einer gesellschaftspolitischen Verantwortung heraus. Deutschland ist 2009 dem UNO-Übereinkommen zur Gleichstellung behinderter Menschen beigetreten, sprich also hat sich verpflichtet, auch Menschen mit ganz schweren Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einzugliedern. Deshalb hat im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes die Bundesregierung im vorletzten Jahr beschlossen, ab 2018 dieses Budget für Arbeit einzurichten und somit auch Anreize für Unternehmen zu schaffen, den Menschen einen entsprechenden Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Für den Unternehmer bedeutet das in allererster Linie den Vorteil, dass er einen hochmotivierten Mitarbeiter bekommt, der schon zuvor in einer Werkstatt entsprechend ausgebildet worden ist und in Form eines Praktikums in dem Unternehmen seinen möglicherweise zukünftigen Arbeitsplatz kennen und auch schätzen gelernt hat. Dieses Praktikum läuft je nach Aufgabe und Person bis zu einem halben Jahr ungefähr und dann wird ein regulärer Arbeitsvertrag geschlossen. Dieser reguläre Arbeitsvertrag wird geschlossen auf der Grundlage des Lohnkostenzuschusses, den der Einglückungshilfeträger zahlt. Das heißt, in aller Regel ist er erstmal begrenzt auf zwei Jahre, weil der Lohnkostenzuschuss durch den Einglückungshilfeträger immer für bestimmte Zeiten, in diesem Fall für zwei Jahre, gewährt wird. Er kann aber bis zum Arbeitslebenende fortgesetzt werden. Das heißt also, man kann im Rahmen des Budgets für Arbeit bei einem Arbeitgeber so lange arbeiten, wie man auch in der Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten könnte. Darüber hinaus denke ich, ist es noch wichtig zu sagen, dass es auch möglich ist, wenn Menschen nicht mehr in einem Unternehmen arbeiten möchten oder arbeiten können, sie jederzeit auch wieder in eine Werkstatt zurückkehren können. Nein, das ist gar keine bürokratische Herausforderung, weil die Unternehmen, die Menschen einstellen möchten, von den Lebenshilfen absolut begleitet werden, hier sämtliche Kontakte zu Ämtern, Integrationsamt und so weiter hergestellt werden. Also die Lebenshilfe hat ja einen eigenen Fachdienst, Jobcoach dafür errichtet und die Begleitung, die kann ein Arbeitsleben lang erfolgen. Es ist sicherlich klar, dass es am Anfang einer intensiveren Begleitung bedarf und in der Folge, wenn jemand eingearbeitet ist, im Unternehmen angekommen ist, die Begleitung abnehmen kann, beziehungsweise sie wieder zunimmt, wenn es Konflikte gibt oder Ähnliches. Untertitelung des ZDF für funk, 2017